Jo Leute, wir sind gerade Eishandler! Robin kam gerade zur Hand und meinte so Ey Flo, pack dich mal ab, ne? Und ich dann so Nee, schaffe ich nicht! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zueinander? Froga! Ja, wir spielen mal wieder Survival Games Nur diesmal auf Gamma.id.net, weil ich da gerade auch schon war Und so weiter und so fort Heute möchte ich euch ein paar Infos zum Server geben Denn da ist ein wenig, äh, was anders Und zwar habt ihr wahrscheinlich am Anfang Vielleicht hab ich's eingelernt, vielleicht auch nicht Ähm, gesehen, ähm, wann der Server abläuft Jetzt ist er gelöscht, also der Server ist komplett weg Und ich hab mir gedacht, ich mach eine Winterpause beim Server Das heißt, ähm, es wird so ablaufen, dass der Server kurz in die Winterpause geht Weil ich sowieso jetzt nicht mehr so viel auf dem Server gemacht hab Und dann wird das so ein kleines Comeback geben Vom Server Denn ich hatte auch einfach Oh, jo, als ob du Kleiner So, damit wärst du down So, und, äh, tut mir leid, wenn ich jetzt ein wenig verkacke Es sind meine ersten paar Runden Aber, es ist ja auch eigentlich egal, ne Ähm, ich wollte jetzt gerade auf Gommel spielen, weil es einfach Äh, jetzt passender war Und, ähm, wir spielen noch in den Kurs gehen Ähm, ja So, ja, das war's auch Und, äh, genau, was wollte ich noch ansprechen Ich war den ganzen Tag, äh, in der Eisdorfhalle Easy Mach ich jetzt fast jeden Freitag mach ich das eigentlich jetzt Ist einfach so zu, ein bisschen zu gewöhnen geworden, würde ich mal so sagen Ist auf jeden Fall ganz nice Okay, hier hab ich noch mal Gold ab Goldafel Goldafel, so, ähm Und, damit werden wir auch schon fast im Messen, Alter Wie schnell ging denn bitte da So, der hat ein Goldafel gesnackt Was mach ich bitte Okay, 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 läuft mir hier, okay, okay, okay So, zack, nein Nein Oh mein Gott Stellt euch vor, wir hätten den jetzt nicht Ich wär komplett am Arsch Alter Zum Glück hab ich den vorhin eingesammelt Okay, jetzt kommt er Weil er sich safe fühlt Oh Gott, er hat ein, er hat, ah ne Okay, er hat nur ein Holzschwert Aber ich muss trotzdem weg So, er, ja, ja, er geht dezent mit dem Bogen drauf Und, ja, Leute, das sind meine ersten Wundert euch nicht, ich sag das zu oft I know Ja, nein, nein Ja, stirb, 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 komm, komm Yes Nice Lol Da war mal wieder schön die Einrastfunktion drin So, komm schon, bitte, bitte Bitte gib mir diesen Fickbrustpanzer Bitte gib mir ihn Endlich So, gut, damit wär das doch So, äh, Final, meine Freunde Äh, kurz, etwas kurze Runde Würde ich mal so dezent behaupten Aber, mal gucken Okay, der hat Schlechtere Rüstung Aber, ich hab auch Weniger Herzen Und der kann mich jetzt einfach bo-spam Dann hätte der die Runde Mh, aber wir geben ihm bessere Kombos Und, da ist er So Bitte lass mich aufgenommen haben Warte Ja, boah, zum Glück Okay Dieser Moment, okay Ähm, ich mach noch eine kurze Runde Ey, der First Trail Das ist auch mal ganz nice Ähm, aber, äh, so lange möchte ich jetzt auch gar nicht, äh, hier reden Weil, es ist halt so Äh, der Server geht in eine Winterpause Und, äh, außerdem werden die Dislikes und Likes jetzt ausgeschaltet Weil, ich hab halt jetzt schon Nachrichten bekommen von Leuten Äh, warum hast du so viele Dislikes? Du machst doch bestimmt Du verkaufst doch bestimmt irgendwie Ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, äh, du verkaufst doch bestimmt irgendwas Oder ziehst bestimmt irgendwelche Leute in Minecraft ab oder so Und das ist halt nicht der Fall Und, äh, ich möchte halt nicht, dass da irgendwelche neuen Leute ein falsches Bild von mir bekommen Deswegen, äh, würde ich mich aber trotzdem in die Kommentare freuen Und vielleicht, keine Ahnung, ich kann euch mehr deswegen auch die Bewertung vom letzten Video sagen Ist mir eigentlich egal Aber ich will halt nicht, dass die, äh, Bewertung halt so an ist Müsste verstehen Müsste verstehen Solltet ihr verstehen Könnt ihr verstehen Kann man verstehen Oh, jo, als ob der mich targetet, man Er wird doch jetzt hundertprozentig die ganze Zeit jetzt hinter mir sein, wenn ich ihn jetzt nicht angreife So Nein Und da kommt noch einer Digga Ja, okay, okay Okay So Leute Äh, ganz großes Video, ähm Ach komm, eine Runde hängen wir noch dran Ich hab jetzt grad irgendwie Bock Ähm So Noch eine Runde Nordic Empire Meine Frise ist auf jeden Fall mal wieder komplett zerstört Wie jede Aufnahme Ich muss auf jeden Fall mal wieder zum Friseur gehen, aber ist mir eigentlich egal So Äh, genau, ich wollte noch Kommentare vom letzten Video einblenden Äh, ist es aber so, dass ich keine Kommentare richtig zu bekommen habe Äh, hätte ich aber selber wirklich auch gemacht Ich hätte dazu keinen Kommentar geschrieben Deswegen, äh, das ist mir ja später klar geworden Und Deswegen hab ich jetzt heute keine Kommentare und hätte sie wahrscheinlich auch nicht eingeblendet Wären welche vorhanden gewesen Da ich das, äh, ja Nicht so geil fand nachher noch im Nachhinein Aber egal, ähm So, hoffentlich mal Oh, zack Und da haben wir auch eine Ah ne, ne Hose hatte ich schon Okay, der hatte nichts anderes Und Ich liebe einfach dieses Tastaturgeräusch Ich weiß, viele finden das scheiße, aber ich finde das einfach nur geil Nein, der wird mich kriegen Ah Immer diese scheiße Lol Er verpisst sich Okay Okay So, hab ich irgendwas bekommen? Nein Weil manchmal droppen die Leute ja was vom Kill So Oh, schön Das ist nicht ne Ah, scheiße, hatte ich schon Okay, äh, 3 2 2 4 So Und wer das denkt, ich bin komplett kackeln PvP kann das jetzt auch einfach mal diese Runde angucken Weil ich denke mal, die waren jetzt nicht die schlechtesten Runden, die ersten beiden Die ging ja eigentlich ganz klar Und deswegen wollte ich auch einfach mal, äh, also Ich hätte auch echt Bock mal so'n Cut es gibt, wie das wäre behindert, wenn ich darauf gehe Natürlich kommt dann noch einer mit Full-Dia, meine Freunde Ah, Full-Dia nicht, sondern Nein Oh, Mann Komm, geht drauf, geht drauf Nein Ich mach nie den Last, das ist bei mir immer so Naja, geil, Leute Meine Rübenhausen waren wahrscheinlich wieder richtig geil im Video Ich hoffe, ihr macht davon Screenshots und ihr nehmt mir dann per WhatsApp Auf 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 Auf